Was ist YouTube und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal Leute. Ich begrüße euch heute zu einem weiteren Video von mir und zwar in dem Video erkläre ich dir, beziehungsweise gebe dir einfach mal ein paar Tipps, um deine Waffe am schnellsten in Modern Warfare oder Warzone zu leveln. Bevor das Video losgeht, wenn du dich für weitere COD-Videos interessierst, darfst du gerne mal den Kanal abchecken. Hier folgen die Woche immer zwei bis drei COD-Videos. Und genau Leute, an der Stelle ist einfach mal gesagt, starten wir mal mit dem Video. Okay Leute, starten wir erstmal grundlegend mit den ersten Sachen, die ich euch empfehlen würde, die ihr machen solltet. Und zwar, dafür gehen wir einmal eben in den Klassen-Editor, weil wir uns ja erstmal so gesehen eine Waffe erstellen müssen, die wir hochleveln wollen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, komm wir nehmen jetzt einfach mal die Shotgun hier, ich spiele zum Beispiel gerade die X-Bit 12 hoch. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt vom Worst Case ausgehen, beziehungsweise wenn du die Waffe richtig schnell leveln willst, dann würde ich euch erstmal empfehlen, zwei Setups zu machen, die ihr hochspielen wollt. Dann nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel nochmal die Kinema. Wenn ich jetzt in einer Runde, zum Beispiel die gerade eben angefangen hat, noch ein Level brauche, und die X-Bit 12 hochgespielt habe, lohnt es sich nicht, die Runde, wie soll ich sagen, die Runde einfach zu beenden und rauszugehen. Weil ihr dadurch auch nochmal XP verliert, wenn ihr in die Runde liebt. Deswegen würde ich einfach, wenn ihr das volle Level erreicht habt, einfach die zweite Waffe hochspielen. Und deswegen immer zwei Setups fertig haben, die ihr hochleveln wollt. Ich will eigentlich gar nicht auf die Sekundär oder auf das Extra eingehen, das ist ein bisschen unnötig. Genau, das ist erstmal der erste Punkt, den ich euch empfehlen würde. Der nächste Punkt, den ich habe, ist, ich kann euch das jetzt gerade leider nicht zeigen, weil ich mir keinen Battle Pass gekauft habe, weil ich zwei Accounts habe und auf dem ersten Account einen Battle Pass habe und auf den nicht. Wichtig, Doppelwaffen-EP nutzen. Doppelwaffen-XP-Tokens bekommt ihr nur, wenn ihr einen Battle Pass habt. Ich kann euch das mal jetzt einmal ganz kurz zeigen, wenn es hier zu sehen ist. Hier, genau. Kampf-Tokens, Stufensprünge könnt ihr haben, wenn ihr den Battle Pass habt und wenn sich einige Leute nicht mit dem Battle Pass auskennen, ihr müsst ihn euch nur einmal kaufen und hochspielen, weil ihr im Laufe, wenn ihr den Battle Pass hochspielt, Level frei schaltet, so gesehen noch CP-Points zurückbekommt, um euch den nächsten zu kaufen. Deshalb, Doppelwaffen-MP auf jeden Fall nutzen. Zu den Maps, Leute. Tatsächlich ist es so, meiner Meinung nach, dass man in MW sehr wenige Maps hat, die man nicht gut spielen kann. Die einzige Map, die mir jetzt spontan einfallen würde, welche Map nicht gut zum Leveln ist, für normale SMGs, LMGs, Sturmgewehre, MPs, ist Tarak, beziehungsweise ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, heißt Tarak, ich glaube schon. Das ist auf jeden Fall diese eine große Map, wo alle Leute gefühlt nur am Snipen sind und in der Mitte quasi nur so ein Gebäude ist, wo viele Leute drinnen immer campen. Sonst, ich habe zwar ein paar Favoriten-Maps, die gehen aber eher nach meinem Geschmack, ich werde euch die gleich nennen. Nichtsdestotrotz, die krassesten Maps, um die Waffen wirklich effizient und am schnellsten zu leveln und auch monoton, sind einfach Shoot-House und Shipment, da kannst du einfach nichts gegen sagen. Man kann aber meiner Meinung nach die Maps nicht jeden Tag spielen, beziehungsweise nicht 24-7 spielen, weil man halt einfach nach einer Zeit halt einfach richtig Hass gegenüber den Maps entwickelt, weil es halt einfach extrem eintönig ist. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel für bestimmte Maps entscheiden müsste, wir können die hier einmal durchgehen, die meiner Meinung nach sehr geil zu spielen sind und auch ein bisschen Abwechslung drin ist, dann ist es halt einmal wirklich Albaga Fortress, eine richtig schöne Map. Wie eben schon erwähnt, ich finde die Maps in MW nicht schlecht, um die Waffe zu leveln. Auf jeder Maps habt ihr mal gute Seiten, mal schlechte Seiten, mal eine gute Runde, mal eine schlechte Runde. Auf jeder Map habt ihr auch Camperspots, die sehr gut sind. Jedoch, wenn ich mich entscheiden müsste für geile Maps, einmal Albaga Fortress, die Map liebe ich auf jeden Fall nie, wenn die kommt. Breenberg Hotel, ja genau, Breenberg Hotel. Crown Raceway ist tatsächlich eine Map, die ich jetzt nicht so geil finde, aber auch mal gut reingehen kann, beziehungsweise in der Vergangenheit bei mir öfters mal gut reingegangen ist von den Gegnern her. El Asilo finde ich tatsächlich nicht so geil, sei denn du kämpfst die ganze Zeit in dem Haus in der Mitte, wirst aber auch von jeder Seite belagert. Embassy finde ich persönlich nicht geil, hatte ich aber auch mal die ein oder andere geile Runde, würde ich aber nicht empfehlen, liebe ich auch öfters mal, weil die mir halt einfach echt nur noch auf die Nerven geht, die Map. Farm 18, tatsächlich auch eine Map, die klein ist, aber meiner Meinung nach halt einfach viel zu viele Lücken hat, um von der Seite weggezogen zu werden. Mercado Las Almas, eine sehr geile Map, finde ich sehr schön von der Location her, also auch vom Farbfilter, ist auf jeden Fall eine Map, die ich sehr gerne spiele. Ganz im Gegenteil zu Santa Santa Border Crossing, meiner Meinung nach die kleinste, ich glaube die kleinste Map von den normalen Maps, aber halt einfach viel zu offen, viel zu viele offene Lücken von der linken Seite, von der rechten Seite, ist halt quasi gefühlt wie Shipment, nur halt in tausendmal schlimmer. Deswegen eine Map, die ich auf jeden Fall nicht gerne spiele. Genau, Shipment, müssen wir nicht drauf eingehen. Ah, jo genau, und Tarak. Tarak ist die eine Sniper-Map, von der ich eben erzählt habe, die meiner Meinung nach nur für Snipen gut ist. Liebe ich auf jeden Fall immer. Und, zack, war Hydro Electric, finde ich, ist eine Map, kann mal gut gehen, muss aber nicht, ne, weil viele Leute irgendwie immer aus dem Wasser kommen, und ich halt bei der Map halt einfach immer merke, dass die halt entweder zu verschwitzt ist oder zu vercampt ist, ne. Bietet auf jeden Fall sehr viele Ecken zum Campen an. Ist nicht meins, ne. Deswegen, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, wären das halt einmal Albarra Fortress, das Hotel, äh, und Fahr-, ne, warte, jetzt habe ich mich selber verfehlt, und Mercado Al Almas. Ganz genau, das sind so die drei Maps, die ich halt am geilsten finde. Leute, kommen wir mal zu den Modis, die ich am besten finde, um seine Waffe zu leveln. Ich denke mal, Kontrolle, Herrschaft und Stellung sind die am meistgespieltesten, ist aber meiner Meinung nach echt immer eine Geschmackssache, weil einige Leute halt sich gerne einfach an eine Posi stellen und von dort aus die Kills machen. Habt ihr natürlich auch einen Vorteil, ne, ihr bekommt einen Bonus, wenn ihr in der Stellung seid oder in dem Kontrollpunkt seid und von dort die Gegner holt. Problem ist einfach nur, wenn man es hochrechnet, man wird tatsächlich öfters gekillt in den Posis, als wenn ihr jetzt einfach normales Team Deadmatch oder Abschlussbestätig spielt, irgendwie campt und dort halt einfach die Gegner nacheinander wegzieht, ne. Deswegen die besten Modis, Kontrolle, Herrschaft und Stellung. Wenn ihr jetzt aber nicht so die Spieler seid, die diese Modis mögen, empfehle ich euch Save, Abschlussbestätigt oder aber auch frei für alle. Aber Leute, wenn ich mich jetzt für drei Punkte entscheiden müsste, also für drei Modis entscheiden müsste, dann wäre das einmal wirklich Herrschaft, Stellung und Abschlussbestätigt. Ist, finde ich, ein guter Kombiausgleich. Mal habt ihr eine Runde, beziehungsweise mal habt ihr einen Modus, wo ihr ein bisschen rumlaufen könnt, Abschlussbestätigt und dann habt ihr noch so zwei Modis, wo ihr wirklich passiver spielt. Mehr Punkte werdet ihr dennoch in Herrschaft und Stellung sammeln. So viel eigentlich zum Multiplayer-Modus, zu den Modis und Maps. Gehen wir einfach mal auf die zweite Methode ein, die ich für euch habe. Und zwar handelt es sich hierbei einmal um Invasion, auch ein Modi, der sehr oft gespielt wird. Ihr könnt halt dementsprechend, ich weiß gar nicht jetzt aus dem Kopf, wie viele Leute da mitspielen in einer Runde Invasion. Auf jeden Fall sehr, sehr viele. Nichtsdestotrotz, Leute, Invasion, sehr viele Bots unterwegs, auch sehr viele meiner Meinung nach schlechte Gegner. Also in Invasion bin ich immer ein bisschen besser. Habe aber so und dann auch nach drei, vier Runden einfach keinen Bock mehr und will halt einfach so schnelle Runden fertig haben. Wenn ich euch einen Tipp geben kann, wenn ihr Invasion spielt, nehmt auf jeden Fall Taktikeinstieg mit, weil ihr könnt es zum Beispiel in der gegnerischen Base positionieren, wenn ihr da überhaupt mal hinkommt, ja, oder halt einfach näher an einer Position, um an den Gegnern dran zu sein. So habe ich das auf jeden Fall immer gemacht. Wenn ihr hier zum Beispiel sterbt, landet ihr wieder in eurer Base, was halt immer meistens sehr weit weg ist von den Gegnern. Wenn ihr da schnell durchkommen wollt, auf jeden Fall Taktikeinstieg nehmen. Somit würdet ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Und Leute, den letzten Tipp, für den ich für euch habe, einmal der Warzone DMC-Modus. Auch wirklich ein sehr geiler Modus, um die Waffe effizient zu leveln. Ist natürlich am besten, wenn ihr einen zweiten Mate dabei habt, um das Ganze zu spielen. Ne, man kann dann immer auf die Gegner schwitzen, beziehungsweise nicht unbedingt auf die Gegner, sondern auf die Bot basen. Kann sich immer gegenseitig abdecken. Ist auf jeden Fall ein Modus, den ich auch sehr gerne häufiger gespielt habe. Ne, ich persönlich bin halt irgendwie in der letzten Zeit so auf Multiplayer-Modus hängen geblieben. Aber als Alternative DMC-Modus macht ihr auf jeden Fall nichts falsch mit. Leute, kommen wir jetzt noch einmal ganz kurz zu den Spielweisen, die ich euch erklären möchte. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Stellung oder Kontrolle spielt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, immer in der Zone zu bleiben. Ne, das geht jetzt nicht, das ist jetzt nicht unbedingt für Shootouts oder auch für Shipment, sondern halt einfach allgemein für jede Map. Wenn ihr jetzt auf einer normalen Map Stellung oder Kontrolle spielt, bleibt auf jeden Fall in den Punkten. Weil ihr halt einfach nochmal separat einen Bonus-EP-Boost bekommt, wenn ihr die Base verteidigt oder halt angreifen wollt. Abschluss bestätigt kann man tatsächlich nicht zu sagen. Campen würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen. Immer aktiv bleiben. Am besten so ein bisschen seine eigene Routine finden und den besten Laufweg finden. Ich kann hier gerne mal auch ein paar Videos machen, um euch zu zeigen, was die besten Laufrouten oder die besten Spots für die jeweilige COD-MW-Map ist. Hätte ich auch auf jeden Fall mal Bock drauf. Dann werde ich mich aber noch ein bisschen mit befassen müssen, bevor ich das ganze Video hochlade, weil ich euch immer das beste Video bringen will, was das Thema angeht und nicht einfach nur so ein dahin geklatschtes Video. Shootouts kann ich euch eigentlich nur empfehlen, quasi an einer Ecke stehen zu bleiben und die ganze Zeit nur eine Ecke abzukampen. Eine Shootouts lohnt sich auf jeden Fall nicht zu rushen, außer man will jetzt auch wirklich auf Angriff oder Verteidigungsmodus gehen, aber ihr werdet auf jeden Fall merken, nach einer Zeit fuckt euch das nur noch ab, weil ihr halt einfach instant irgendwelche Granaten reingedrückt bekommt. Müsst dann auch noch so ein bisschen überlegen, ob ihr die Weste mitnehmt oder halt die Maske für Blendgranaten. Nichtsdestotrotz, Leute, mein persönlicher Favorite Spot auf Shootouts ist nicht in der Mitte, sondern eher außen und warten, bis die Leute an mir vorbeilaufen. Ich hoffe, das kurze, knackige Erklärvideo von mir hat euch gefallen. Wie eben schon erwähnt, wenn du dich für weitere COD-Videos interessierst, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen und an der Stelle ist einfach mal gesagt, Leute, viel Spaß beim Leveln und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.